Und dann auch von Beginn an nur eine Marschrichtung nach vorn. Smile Morabits Lattenknaller nach nur 14 Sekunden. Was für ein Auftakt vor 4200 Zuschauern. Die nächste Szene gehört wieder Morabit. Noch immer nicht das 1 zu 0, die Führung aber liegt in der Luft. Dann Erfurt jetzt wie im Rausch. Wieder der agile Morabit. Vernascht auch Gästekeeper Tim Krumpen. 2 zu 0, die 23. Minute. Saisontor Nummer 6 des Stürmers. Nach dem Seitenwechsel lassen es die Erfurter etwas ruhiger angehen. Nach gut einer Stunde vergibt der heute überragende Smile Morabit die Chance, seine Leistung mit dem zweiten Treffer zu krönen.